Und weiter geht's hier in Neon, Arca Knight City, ich könnte mal es jedenfalls denken. Wir haben in der letzten Folge für Mr. LeGrand Drogenhandel betrieben. Und jetzt geht's weiter, würde ich mal sagen, zum Hauptquest. Aber bevor wir jetzt zum Hauptquest gehen, würde ich gerne erstmal meinen überladenen Status beseitigen. Ich bin nämlich hoffnungslos. Will da hin, warum geht das? Nee. Kann aus irgendeinem Grund zu meinem Raumschiff nicht? Will zu meinem Raumschiff. Okay, wir reden erstmal mit dem, hier mit dem... Ach nee, dem Freestyle Ranger. Okay. Wir sind auf der Spur des Hope Tech Schiffs. Jetzt wird ein Shoot-Off. Das ist nicht der Hauptquest, sondern das Hope Tech Schiff. Naja, der Neuling. Du bist Ranger Preys. Okay, dann erzähl mir mal was über das Schiff. Okay, er sagt, also die Ranger sind hier in der Schiff. Ich bin hier nicht ganz so angesehen, wie zum Beispiel in Aquila City. Ich soll also den Ball ein bisschen flach halten. Gesetz und Gerechtigkeit sind kein flexibles Konzept. Sie sind absolut. Naja. Ich weiß ja, wer hier das Sagen hat. Der Olle Bayou, ne? Das wäre Benjamin Bayou. Ja. Er ist raus, um alle Kredite, die er kann, von den Menschen in dieser Stadt. Und er will nicht viel interessieren, wer in dem Prozess getroffen wird. Er hat auch ein Sagen auf dem Kanzel der Regierungen. Okay, ich suche kein Ärger. Okay. Dein Schiff hat auf dem Spaceport gelandet. Wenn es direkt auf dem Faktorflug gewesen wäre, wäre es rausgegangen. Es gibt einen Mann, den ich kenne, Billy Clayton. Er arbeitet um die Stadt und hat ein Blick auf den Schiffraffekt für mich. Ich werde dich erinnern, aber nicht erwartet, dass es keine Kredite gibt. Nichts in Neon ist frei. Okay, na dann zeig mir mal, wo Billy Clayton ist. Also er führt mich hier zu einem Wartungstechniker und der hat wahrscheinlich das gestohlene Schiff gesehen, wenn es denn hier durchgekommen ist. Komm schon. Mal gucken, ob wir hier noch was klauen können. Nein, machen wir nicht. Will da durch. Hallo. So, wo ist er? Da. Mining League. Ob man da auch im Job anfangen kann? Warum geht denn er jetzt nach Epside? Ich dachte, wir gehen zum Raumhafen. Na gut, vielleicht ist der Techniker gerade im Bettchen. Und weg ist er. Hier, Star Citizen, guck dir die KI an. Na ja, die stehen zumindest nicht auf Bänken, aber die machen bestimmt andere Sachen. Zum Beispiel bleiben sie stehen, weil sie nicht weiterkommen. Lauf! Okay, ich nehme alles zurück. Star Citizen, guck dir nicht die KI hier an. Ist auch nicht besser. Hätte ich bloß nichts gesagt. Darf ich mal in die Luft schießen? Oder Z drücken? Herrschaftszeiten, aber sie kommen irgendwann voran. Ist nicht der Schnellste, ne? Jalen. Schöner Hut. Ich habe ein paar Sleepcrate-Unienungen für Renten, aber jemand wie dich. Verrückt mich. So, wo gehen wir hin? Nach Frankie's Grab and Go? Ah, da gibt es Food and Drinks. Okay. Oder das ist er hier. Da hockt er. Und pinkelt in die Ecke. Nein. Ich soll schießen? Okay. Nein. Jetzt vor kurzem ein gestohlenes Haupttech-Schiff gelandet. Ich brauche Infos zum Piloten. Spuck's aus, Abschaum. Naja, vielleicht sind wir erst mal freundlich. Brauchst du Kohle? Hm, Kredits ain't really what I need. There is something you can do for me. Er will gar keine Kredits. I can help you. Okay. But right now my life is in danger. And I haven't even done anything wrong. Freestyle Rangers are supposed to protect the innocent, right? Gut. Also ich soll ihm... Er will keine Kredits. Ich soll ihm helfen. Hm, hm, hm. Ja, ja. Komm jetzt zum Job. Ähm. Gut, er hat Schulden beim Kreditei und die sollen wir ihm... Okay, wir können ja mal mit Überzeugen probieren. So, okay, wir müssen... Oh, wir haben nur drei Züge und müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 schaffen. Das kriegen wir nie im Leben hin. Komm, wir versuchen es gleich mal mit vier. Oh, hat geklappt. Schau, jetzt haben wir noch zwei. Das hat nicht geklappt. Jetzt haben wir noch einen. Das wird euch im Leben nicht klappen. Hat auch nicht geklappt. Okay, gut, gut, gut. Im Überzeugen habe ich auch keine Punkte versenkt, insofern. Ich rede mit dem Kreditei. Natürlich, du bleibst hier und beschützt Billy, alles klar. Alles klar. So. Dann gehen wir mal. Wann, wir fahren wo, wohin? Ach da, Elevator. Ach, das ist hier bei den... Bei den Fischers... Futsis... Fischers... Fritze, Fisch... Frische Fische. So, da ist noch ein Elevator. Ja, Vorsicht. Das sieht hier richtig runtergekommen aus. Wo geht's denn jetzt hier hin? Da lang. Oh Gott, hier ist schon wieder Stau auf der A3. Lasst mich durch. Ah, da ist die Wache, die den Schlüssel hat. Okay, ich müsste mal da rein. Das sieht gar nicht aus wie eine Wache. Kann ich auch einfach erschießen? Ähm... Ich glaube nicht, dass der für einen Freestar Ranger die Tür aufmacht. Wir versuchen es erstmal mit Überzeugen. Mh, vier müssen wir, drei Züge haben wir. Das ist eigentlich relativ Banane. Wir finden bestimmt eine Lösung. Ach, das war... Hä? Das war's schon? Okay. So, was genau will ich von dem? Ach, schau, der soll ihm die Schulden anlassen. Warum sollte er das tun? Also, wäre ich ein Kreditei, ich würde es nicht machen. Kommt einer... Kommt ein Hinz und Kunz angelatscht und sagt, hö, anlass mir die Schulden. Und er sagt, okay, weil du so nett bist. Ich keep on walking. So, Herr Kreditei. Der sieht ein bisschen aus wie das MHN aus Star Trek. Nein. Ich komme, weil du von Bill Clayton Schulden eintreiben willst. Du beutest nicht länger verzweifelte Menschen aus. Ah, it's awful kind of you'd intervene on my behalf. But I think I have the matter well in hand. Thank you all the same for your concern. Okay, er will gar nicht. Bill kann die Schulden nicht zahlen. Das weißt du auch. Lass es gut sein. Billy schuldet dir nichts. Nur sein Bruder hatte Schulden bei dir. Well, that's where you're wrong. Cal agreed to my terms, including collection from family on the event of his passing. It ain't my fault he dragged Billy into it. But make no mistake. That's exactly what he did. Kann euch auch alle zusammenschießen. Ich brauche Informationen, also helfe ich ihm. Es geht dich nichts an. Geht dich nichts an. Da hat er eigentlich schon recht. Ich zahle die Schulden. Komm, wir versuchen erst mal mit Überzeugen. Wir finden bestimmte Lösungen. Wie viele sind es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und nur drei Versuche frei. Haha. Die Rangers können dir dein Leben ziemlich schwer machen. So, das wird jetzt schon mal nichts mehr. Kann man sowas sowieso schon sagen. So, jetzt können wir das nochmal machen, aber wir werden es auf jeden Fall nicht schaffen. Achso, einmal darf ich noch. Okay, äh, jetzt bewegt sich langsam was. Ah, verdammt. Oh, oh. Oh, oh. Aus die Maus. Schluss mit lustig. Erstmal speichern. So, also ich würde sagen, der treibt keine Schulden mehr ein. Brauchen wir nicht, brauchen wir auch nicht. Medipack nehmen wir mit. So, jetzt ist die Frage, haben die das da draußen mitgekriegt? Ich meine, dass ich hier rumballer wie ein Wilder. Nein, nein, ne? Haben die nicht mitgekriegt. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns hier eigentlich auch umgucken, oder? Vielleicht haben sie ja ein paar tolle Sachen hier. Das sind alles, alles böse Kredit-High-Menschen. Darfst du alle erschießen. Ist überhaupt gar kein Thema. Vor allem, wenn sie sich nicht wehren. Was hat er gesagt? Will er ein Exempel an mir statuieren? Ist okay, mach das. So. Haben wir alles erledigt? Hoppala. Was haben wir hier? Nix. Nix im Land. Ey! Ich glaube, es hakt. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte plündern hier. Aber hier gibt es nichts. Das nennt sich ein Kredit-High. Der hat ja gar nichts. Warte mal. Der hat doch gar nichts. Muss ja auch ein Tresor in seinem Kabuff haben da oben. Kann nicht sein, dass der kein Kredit-High ohne Geld. Geht doch gar nicht, oder doch? Warte mal. Wie geht's? Ne, nicht automatischer Platz. Der ist für den unteren. Warte mal. Und der? Und der? Der ist für den oberen. Der ist für... Die beide sind für den oberen. Der ist definitiv für den oberen. Okay. Da könnte der passen. Da könnte er nicht passen. Da könnte er passen. Da könnte er nicht passen. Also, da der für den oberen ist und nur hier passt, nehmen wir den mal hier. Zack. Der ist für den unteren. Der ist für den unteren. Der ist für beide. Wir müssen aber den hier nehmen, weil... Zack. Ah, ich liebe die neue. Die neue Hack-Mechanik. Oder was heißt die? Ja, da geht es auch. Warte mal. Wir müssen jetzt aber mal gucken. Wo wir den am besten setzen. Also, der geht da. Geht aber nur da, ne? Ja, da geht er nicht. Da geht er. Da geht er nicht. Da geht er nicht. So. Zack. Und jetzt der letzte. Zack. Lassen Sie mich herein, Herr Kredithai. Equinox, na toll. Guck mal da. Schrotflintenpatronen in dem Baum. Wird das jetzt alles hier in dem Kabuff? Mehr gibt es hier nichts. Nur so eine blöde Equinox. Dachte mal, vielleicht mal, hat der Kredithai hier mal ein Tresor oder so? Kaffeepackung. Kein Kaffee mitkochen. Sehr schön. Was ist das hier? Nix. Gut. Schade. Außer Spesen nix gewesen. Naja, ein bisschen Erfahrung. Hier nochmal kurz gucken. Da nochmal kurz gucken. Ich würde sagen, der Kredithai hat sich auskreditet. Was ist das? Keine Ahnung. So, mal gucken, ob der draußen von mir noch was will. Hey. Könnte jetzt natürlich problematisch werden. Alles gut, ist alles gut. Okay, die haben jetzt Bammel vor mir. Macht die Sache natürlich auch nicht besser. Ich speichere mal kurz. Der hat mich angegriffen. Ist alles gut. Bleibt locker. Eben, haben die nicht mitgekriegt. Nein, nein. Locker bleiben. Too bad, I can't squeeze any Aurora from these fish. Yeah, yeah. I know who's squeeze things. We have everything. Nee, das ist falsch, oder? I'm in right now. Da lang müssen warten. So, ich bin schon wieder komplett erschöpft. Ich muss dringend zu meinem Schiff und Sachen abliefern. Wenn ich hoffnungslos überladen bin, oder Sachen verkaufen, oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt... Ob der Anzug ist so schwer, kann das sein? Ich bin ja schon unterwegs. Ja, ja. Kurz mich erholen lassen. Ähm, Skills. Was haben wir? Jetzt haben wir schon zwei Skill-Punkte und ich vergib die nicht, weil ich ja eigentlich hier Skill-Punkte reingeben möchte. Aber das wird ja dann auch nicht besser. Teilchenstrahl Waffensysteme. Will ich in die Waffensysteme rein? Nein, nein. Raumschiff-Design. Um Technologie-Skill... Was kann man hier machen? Möglichen von verbesserten Schiffsmodulen. Wäre auch nicht schlecht. Schildsysteme. Raumschiff-Design wäre natürlich was, aber dafür müssten wir erstmal hier... Das geht nicht. Da müssen wir erstmal noch was machen. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Sicherheit könnten wir... Du kannst versuchen, Schlösser des Levels Meister zu hacken. Vier automatische Versuche können später aufgehoben werden. Ach Mist, das war im Pause-Modus. Das galt noch nicht mal. Lauf, lauf, lauf. Oh, für Gottes Willen. Musiken hin. Alle hopp. Alle hopp. Ich glaube, wohin jetzt da? Da runter. Aha. Bin ich diesen ganzen Weg tatsächlich auch gekommen? Geht mir so auf den Trichter. Da. Da steht er. So. Die Schulden sind gegessen. Genau, wie, das musst du nicht wissen. Das sagen wir ihm lieber erstmal nicht. Äh, okay. Sure. Got no reason not to trust you. I'm sure the deputy has a reason for withholding that information. Sometimes, in our line of work, it's better not to know all of the details. Okay. Time for me to keep my end of the bargain. The woman you're looking for is named Grace Early. Stealing ships is her line of work. She usually comes here to sell the goods. Rumor has it, she just finished a job for some mercenary outfit. She's been throwing money around, so must have paid well. I know her. When she isn't out on a job, she's a regular at Madame Sauvage's. That's on the upper platform. I'll back you up. Okay. Äh, die Schiff Steven heißt offenbar Grace Early. Gehen wir mal zu Grace Early. Geile Mucke. Sure. So, wo ist Grace dahin? So, Grace. Was liegt an? Ja, ja. Gib dir gleich einen Sidekick. Und zwar einen Roundhouse-Sidekick. Ähm. Was findest du bald heraus? Boah, ist wie zickig. So, warum bin ich mit dem Sidekick, statt dem Ranger? Das ist der Deputy-Kase. Ist das so? Und du musst dir zurückbringen, nur für ein kleines olden Me? Hehe. Ich bin flattet. Wie kauigst du? In der Grunde, das ist nicht meine erste Interrogation. Also, lasst uns mit dem Leben retten. Ähm. Mit dem Leben retten ist ihr, glaube ich, herzlich egal. Es gibt einen Grund, den hier schwierig zu machen. Du steckst in Schwierigkeiten, Grace. Fang lieber an, die Sache ernst zu nehmen. Komm, wir werden mal ein bisschen prollig. Kann ich dir bitte mal kurz ins Gesicht schießen? Gestohlen hörst und du erzählst mir, warum. Das ist auch eine geile Art, sich als Krimineller rauszureden. Naja, ich hab das geklaut. War aber nur ein Auftrag. Ich hab's nicht mal behalten. Ist klar. Äh, die Männer wollten eine Farmerin von ihrem Land vertreiben. Es waren Söldner, die haben eine Frau betrachtet, um ihre Farben wegzunehmen. Hey, all I did was provide them with transportation. They didn't say anything about where they were going or why. Look, I wouldn't have gotten involved if I thought anyone would be hurt. I've got no love for violence. Not asking questions is just as bad as giving consent. If that woman had been killed, you'd be an accessory to murder. Did you think about that? I... No. Jetzt bricht sie auf einmal ein, wegen dem Moralischen? Na gut. Äh, überzeugend. Schluss mit dem Smalltalk. Sag mir, was du weißt. It's not that simple. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 Versuche. Ähm, sag mir einfach, was ich wissen will, dann lass ich dich in Ruhe. You're just annoying enough, that this might work. Ich würde dich nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. So, jetzt brauchen wir nur 2. Eigentlich nur 2, aber 2er Optionen gibt es hier nicht. Shit. Also müssen wir viel. Du scheinst mich nicht zu verstehen. Ich brauche diese Infos jetzt. Ah! Keine Deals, bis ich Antworten habe. Wie, das hat jetzt geklappt? Okay, weiter. Huh? Huh? Not long after that. I got a message from a guy named Marco. He said he was the money man for the first, and he offered half up front. Never met him directly, though. It was always through intermediaries, and using encrypted slates. Got the feeling he was paranoid as hell. Do you have one of those encrypted slates on you right now? Yeah. Here, take it. Hmm, okay, sie hat mir auch nichts weiter genannt, außer an weiteren Namen. Was ist diese First? No. Nothing at all. Okay, sie weiß nicht, wer ihr Auftraggeber ist, nur dass es die First ist. Und Marco, wo ist seine Operationsbasis? Not so much as a hint. I'll tell you. He's as cagey a fixer as I've ever met. Okay. Bankroll in the First must take a lot of money. I'm sure he's got all kinds of side hustles going on. Was ist denn the First? Ähm, was weißt du über die Männer, die das Schiff geliefert hast? Nothing, really. I was told, when and where to meet them. They paid me what I was owed, and that was it. Sie weiß im Prinzip gar nichts. Works for me. Next time you're at the Rock, you should give that encrypted slate to Ranger Alex Shadid. He's got a gift for cryptography. If anyone could crack that slate, it'll be him. I'm gonna head back. Good luck, Deputy. Then I'm free to go. Ähm, wenn du mir versprichst, dass deine Teilschiffs, die wir vorbei sind, dann darfst du gehen. I'm getting too old for this line to work. Besides, I'm going out on a high note. Ain't many can say they grabbed a ship right out of Hope Deck. Should make a good story for the kids one day. Hm. Hey. Begib dich nach Aquila City. Okay. Gut, das war dieser Quest, aber wir sind hier natürlich noch nicht fertig. Kann man das mitnehmen? Ne, das ist, äh... Hm. Faszinierend. Okay, das ist... Also, jetzt müssten wir noch zurück nach Aquila City und dieses Slate entschlüsseln. Aber wir sind ja hier in Neon noch nicht fertig. Wir haben ja einmal noch das Ding hier und, äh, den Hauptquest für Walter Stroud. Ja, das machen wir auch. Was ist das auch? Das ist Wladimir. Okay, aber wie wir das machen, das sind wir alles beim nächsten Mal. Hier ist erstmal Aufnahmestopp. Bis dann denn. Wann ist das? Ne. Äh. Moment. Kopfgeldbegleichung. Aha. Äh, bis dann denn, euer Mr. Fleck. , Äh, bis dann, euer